W-w-w-what? W-what happened? Weeber hat grad einfach alles gelöscht. Uhhh. Ooooooh. Awww. Explosions? Hallo? Hm? Leider mittlerweile soweit oder? Ja, ich hab... Ich hab, äh... Den Stream angemacht, als du die Hälfte des Boards gelöscht hast. Au, meine Nüsse! Pink Explosion! Ja, das ist normal, wenn's lädt. Gibt's ne riesen... Ich mach schon. Oder auch nicht. Leckfest. So, und? So, was hat Paul? Paul hat eine 6. Ich hab ne 7. Was für ne 6! Lars ist. Lars hat auch ne 7. Jan ist. Jan hat ne 9. Das sieht aus wie was anderes. Troja hat ne 6. Gefühl, Jan fängt an, was? Ja. Na, Oliver würfelt eh nichts hoß. Ich hab schon gewürfelt. Ich hab ne 7. Ja, so, dann fängt Jan an. Ja, ja. 7, 7, 6, 6, 8, 9. Sind die gemischt worden? Ja, ich hab's gemischt. Oh Gott! Stimmt ja, der schmeißt einem das ja auch dann direkt da ins Gesicht. Oh! Hä? Was ist das? Kann man das irgendwie ausstellen? Äh, sollten die sich nicht eigentlich... Äh, mit Haars. Mit Haarlars. Ah, danke. Geht mir nämlich voll auf den Keks. Ich krieg's grad nicht hin. Hallo? Das Problem ist, ich gar nicht in den Stream kommt. Du zeigst Chat. Warte. Halt. Stopp. Halt. Stopp. Halt. Stopp. Halt. Stopp. Halt. Stopp. Halt. Stopp. Jetzt kannst du. Äh, ich... Ich werd mir einfach mal den, äh, Stream... Chat... Ja, du musst ja nur was posten, irgendwas. Ich kotze gleich in die Ecke. Damit ich das sehen kann. Was denn? Penses. Michel ist Hitler. Penses funktioniert. Ey, das... Das passt sogar mit den Regeln. Du, dass ich mir meine Karte noch nicht angeguckt hab, Lars. Was? Was mit den Regeln? Wenn du penselst schreibst, ist das direkt über den Regeln. Auf dem Bildschirm. Das gefällt. Also von daher kann es gut sein, dass ich hier da bin. Äh, so mach ich dann mal... Ey, ich pack mal kurz da rein. Kann ich den Chat nicht... Pop-out. Da ist er. Ja, es gibt ein Pop-out für den Chat. Bäm. Warte. Da ist er. Da ist er. Ah. So. Wie hat das nochmal funktioniert? Ähm... Ja, ist doch so ewig... Ja, ich kann das nicht wissen. Warum ist da noch was? Ich denke mal, wir haben alle vier Karten, ja. So. Da haben wir ein Ding. Oh. Gut, gut, gut. Dann mal alle schön die Vorhänge zumachen. Welcher Knopf war das? Ähm... Blöd, dass ich immer mal in der Küche bin. Ja, wir warten so lange. Das ist kein Problem. Troja hat's schon. Paul hat's schon. Welcher Knopf war das nochmal? Nein, danke. Ich bin sofort wieder zurück im Zimmer. Danke. So. Und so. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, ja. Lars hat auch schon die Vorhänge zugemacht. Warte mal mit Profis arbeiten hier. Ihr Loppen. Ich bin eh mal der Letzte. So, deswegen hab geblankt. Du bist das Letzte. Fick dich. Faschos einmal die Vorhänge wieder aufmachen. Und mal eure Rollenkarte raus. Ne, eure Party-Membership-Card raus. Dann... Wo ist mein Popcorn? Denk ich mal, dass ihr die wieder reintun könnt. Dann tut ihr die, äh... Die Vorhänge wieder zumachen. Popcorn. Dann warten wir drei Sekunden, bis Michael sein Popcorn hat. Danke. Und dann drückt ihr alle mal auf B. Die Ball. Muss ich jetzt mal wieder B drücken? Ja, meine... Also sag ich doch scheiße mit meinem Popcorn. Ich musste mich irgendwie irgendwie behalten. So. Jan hat am höchsten gewürfelt. Dann ist er als erstes Präsident. Such mal deinen Kanzler aus, Junge. Elf-Präsidente. Mein Führer. So. Sieg Heilkameraden. Spaten. Elis Hitler. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja genau. Oh ja. Oh ja. Popcorn. War das drei gegen drei oder wie war das? Da werden wir jetzt nicht mehr. Drei gegen vier. Okay. Ja, ja. Äh... Und der Rest lautet irgendwie nicht. Na gut, ja. Okay. Fünfer, ja. Erstrunde kann man ja eigentlich viel Schleck machen. Ich muss jetzt drei Karten ziehen, oder? Ist das jetzt... Ja, du musst drei Karten ziehen. Das weiß ich nicht. Ich glaub du, weil das so weit nach dir war. Okay. Warte, wurden die gemischt? Äh... Tu die Karten nochmal bitte... Tu die Karten nochmal bitte zurück. Ich weiß nicht, ob ich nachher das Set gemischt hab. Ich wollt ja nur mal sicher gehen. Jetzt kannst du da nochmal drauf ziehen. Nicht, dass ich gleich Finale aufbringe, dass hier Faschokarten verteilt werden. Faschis. Fuck mich. Michi steht wieder mit seinem Köter. Nein, das weiß ich jetzt einfach nur ne blöde Geräusche gemacht. Oh man. Geiße. Ähm, Oliver, kannst du nochmal... nochmal... Das war nicht so richtig. Nein, jetzt gibst du einfach zwei Karten weiter, Jan. Wieso sollte ich denn nochmal mischen? Weil er die Hitler ist. Meinst du? Äh, weil... Weil du Scheiße gemischt hast. Ähm... Wo nickst du die denn hin, Jan? Entschuldigung. Kannst du meinen Mischskill hier, äh, in Frage stellen, oder was? Ja, so voll Dubstep, Schulter und so, ne? Ich auch, ja. Schämst du dich eigentlich nicht? Ich will den auch in Frage stellen. Aha. Ja, volle Kanne. Okay. Erste Runde schon... Ah, ich hab da so ne leise Vermutung. Na la. Ich hab auch so ne leise Vermutung. Michaelis Hitler. Ja. Warte mal, was? Der nächste ist Präsident, du darfst deinen Kanzler aussuchen. Reaper. Wollen wir das vom letzten Spiel aus diskutieren? Ja. Ist der nächste nicht Präsident, der der Kanzler war, oder so? Dann schieß du doch ins Gesicht, du blödes Arschloch. Nein, der nächste ist nicht Präsident, der Kanzler war. Das geht im Uhrzeigersinn. Wähle mich, dann kann ich Lass ins Gesicht schießen. Siehst du, was? Zweimal ja. Mach ganz schön, Michel. Michel, du musst wählen. Ich sag immer nein, weil ich grad schmier grad mein Brot, ich bin grad zur Verfügung. Okay. Warte, 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 du Michel. Er macht sich dein Brot. Übrigens, Troja. Ja. Ich bin nicht Reaper. Hauptkiller ist disconnected. Das hat disconnected. Hä? Hitler ist grad abgehauen. Die feige Sau ist abgehauen. Finger weg. Finger weg von Lars seinen Karten. Wir warten jetzt, bis Lars reconnecten kann. Er hat sich abgesetzt. Tötet ihn. Was? Er hat sich in seinen Booker zurückgezogen und will sich erschießen, die feige Sau. Das ist... Keine Ahnung, was das war. Wie war das, als Hörer mich an der Straße? Da ist er ja wieder. Ich hab keine Ahnung, was das war. So, jetzt. Auch nicht. Damit Oliver genau weiß, was ich grad mache. Ich schmiere grad mein Butterbrot mit Kräuterbutter. Aber... Beziehungsweise fein Butter. Feine Butter. Aber warum? Ne, feine Kräuter, tschuldigung. Also, ich dachte, du bist jetzt Popcorn. Ja. Achso, ja, dann ist halt Olli. Das ist scheißegal. Weil ich zufällig in meinem Zimmer Popcorn habe, was meine Eltern mir letztens vorbeigebracht haben. Ja, aber... Hä? Warum ist du so... Erste Frage ist, warum ist du so spät? Ja. Was heißt hier spät? Da ich heute um 12 Uhr Mittagessen gegessen habe, statt um... Ööö, 5. Wie ich's normalerweise mache. Hab ich... Äh, jetzt halt später ein bisschen Hunger. Dann kannst du ja jetzt weitergehen so. Außerdem, warum diskutieren wir hier grad meine Essgewohnheiten? Weil die komisch sind. Ich will, du hast scheiß Essgewohnheiten. Du sagst grad, meine Essgewohnheiten sind komisch zu denen, der weder Gemüse noch Obst isst. Ja, gut, stimmt. Auch wieder. Aber wo waren wir jetzt stehen geblieben? Du bist Hitler. Nein, warte, du bist... Äh, nein, du bist Prezi. Ja, von mir aus bin ich auch Hitler. Und ich verneide das nicht mal. Ich schieße ihn. So, äh, ach ja, genau. Ich muss meinen Arsch wählen. Ja. Ja. Ja, warum auch nicht. Teste den Penner mal. Kann ich den Ratscheuren testen, oder mach ich das grad umsonst? Äh, nein. Jan hat angefangen als Präsident. Ja, aber... Äh, wo zieh ich hier, ne? Ja. Grün. Äh, grün war schon. Blau. Ripper hat nicht gewählt, oder? Ja, aber das war sowieso viermal Ja. Also braucht Paul gar nichts machen. Paul ist so richtig, ist Hitler. Mhm. Ich sag einfach Ja zu jeder Hitler-Akkusation. Wenn mir das Spaß macht. Jan ist Hitler, sag ich jetzt schon mal. Ja, Michael ist Hitler. Nein, ich bin mit der Verbündet. Na gut, das kann auch sein. Michael ist ein Faschist. Wim bezeichnest du hier als Faschist, du Faschist. Nazikeule, Nazikeule. Sag ich doch, Jan ist Hitler. Nein, nein, du bist der Faschist, ich bin Hitler. Hast du grad was anderes gesagt? Ich bin überall und nirgendwo. Geil. Was denn? Weiß ich nicht. Paul wählt aus. Was ist mein Führer? Ich glaub Paul ist... Paul ist da. Ja. Den konnten wir auch noch nicht testen. Ja, ja. Besorger hat mich doch getestet. Moment mal was. Was? Bist du Haifa? Positiv oder? Wenn Jan dich getestet hast. Du hast ja vorhin ne Faschistenkarte getestet. Ja, ich konnte ja nicht testen. Ja, Jan hat mir zwei rote gegeben. Ja, aber warum ist das... Das ist doch kein Test. Ein Test ist wenn du... Blau und ne rote kriegst. Ich hatte drei rote gehabt. Das kann man ja nicht testen. Das ist so wie ich Jan getestet habe mit zwei roten. Warte mal, jetzt war ne blau und ne rote. Entschuldigung. Ich, Alter. Was machst du denn du? Oh mein Gott. Entschuldigung ist der schiesse Hügel. Das ist so wie ich den getestet habe mit zwei roten Weißungen. So, wie viele Karten sind da jetzt? Acht. Wie viele Karten sind da noch? Fünf. Den kann ich nicht wählen. Den kann ich nicht wählen. Dem Penner traue ich nicht. Äh, shit. Ja. Haha. Haha. Ich seh da schnell an, wie ich die Berater nicht gegeben hab. Okay. Ähm. Ja, mein Führer wähle ich. Wie ist das nochmal, wie die dritte Karte gelegt wird? Nein, danach muss er gewählt werden, ne? Olli Olli Ja Hitler muss dann nach der Drehplikate gewählt werden Ups, das war das falsche Teil Okay Ich weiß Bescheid Aber übrigens, tut mir leid, Troja Fick dich, Olli Ging nicht anders Michael hat verkackt Wenigstens kann ich mir jetzt Wenigstens kann ich mir jetzt die nächsten drei Karten angucken Nein, kannst du noch nicht Natürlich kann ich das Nein, kannst du noch nicht Natürlich kann ich das Jetzt nimm die Karte Arschloch und jetzt zieh noch einen Es gibt zwei Kugeln Das ist gut Das ist schön Wenn jetzt nicht gleich Wenn jetzt nicht gleich mindestens eine liberale Karte Licht Nicht, wenn ich die Kugel vor dir ziehe Ich glaube, Olli hat das gar nicht mitgekriegt Dann will Lars nur einen erschießen Wenn gleich noch ein paar Karte Lassen jemanden erschießen Ja, sich selber Ja Sau ne Möglichkeit Wähl deinen Kanzler, Lars Nimm mich, nimm mich Na gut Nein 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 Achso, ja Das muss ja immer noch gewählt werden Nein 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 Okay Ja Klar habe ich kein Vertrauen Bei mich habe ich kein Vertrauen mehr Der Einzige, der ich jetzt noch vertraue ist Lars und Oliver Dann mach hin Du darfst auswählen, den Kanzler Ja, Jan will mich Mich Weiß ich gar nichts Äh Ja, warum auch nicht Äh Ja Viermal Ja Jan, zieh deine drei Karten Paul Bist du Hitler Paul ist definitiv nicht Hitler Was ist das für ein Geknacke? Nein, Lars, anscheinend nicht Was macht ihr? Finde ich aber gut so Weil so kann die Runde weitergehen Außer wenn du mich erschießt So Hörst du nicht mal Äh, hast du gerade drei weitergegeben? Nein, oder nicht Die anderen ist doch da Ich fand es aber gut, dass es nur dir aufgefallen ist Vielleicht Paul doch, weil er so leise Ah, Paul ist Dem vertraue ich auch jetzt Ich meine, es steht auf Fett und drin da drin Wenn man auf, äh, äh, naja Oh Es ist gerade keiner Wer da den Trauer Den ich wählen darf Ich weiß drauf Ich will gern Das funktioniert nicht Troja Ja, nee Ich spiele zu sechs Da geht das nicht Ja, ja, ja Ich merke es auch gerade Ich habe das mal geguckt Ich bin frei Ich bin frei Stimmt Fuck you, Lars Fuck you, Michael Shit Das ist nur ein Oliver Gespräch Nimm mich Nimm mich Mir ist das egal Äh Oder nimm Oliver Der ist Hitler Äh Da will ich noch mehr Oh, Mann, du Fuck, Lars Nimm einfach Lars Ja, ja Wir haben verloren Lars, bist du Hitler? Nein Ah, bin ich frei Boah, Alter Das nervt Dass die Karten Nicht automatisch Wieder richtig Hingesetzt werden Also bei mir Merken sie das Und ist mir warm Ah, Hitler sein Ist anstrengend Ich meine Nicht Hitler sein Nein Lars, schäm dich Heißt du, wie ich im Moment Nicht traue, dass es ja Moment Lars 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 Lass Lass Die Mal Gehamft Ja, das Lass Ich bin doch nicht Hitler Hier Ja Aber du Hättest immer noch Ein Nazi Seien können Wer sagt denn Sowas Den will ich Jetzt Janu Will Sagen sie So Alle Nein Ich würde Ja Sagen Will Mich Aber Den haben wir schon geprüft Den dürfen wir nicht Ich 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 Du darfst doch nicht Oder ich Stimmt Mann, ich vergesse den Scheiß immer Du hast nur die Wahl Zwischen Paul, Oliver und Jan Kann Jan wählen, aber Jan Heiße Ah, hier Das war ein Fehler Warte, bist du Hitler? Definitiv war das ein Fehler, weil Michael gefehlt Ja, da ist man Michael Und nur Sieg, ich hab das erste Nein, das zweite Mal als Hitler Das ist nur wegen dem Laden Schön überall Ruhe gestreut Oder hast du dich gesehen? Mhm Hat die Fresse aus Die tue ich wieder rein Hä? Er ist da Er ist da Tu Äh Eins hätte noch mal, Paul Ich glaube, das würde nicht Das wurde nicht Gemischt Das Ding hier Oliver war wieder Hitler Er wurde gemischt, den habe ich gerade selber gemischt Hä? Hab ich nicht gesehen Ja Jetzt musst du sowieso noch mal rein starten Ja Jetzt musst du es mal so machen Ich dachte jetzt echt so Kann es anders machen, ich brauche den Ort ablösen Ah, heilig Also ich bin für heute fertig, ich habe gewonnen Hallo Hitler Paul, wie starte bitte den Tisch, ich kann mir das nicht antun Was? Der hat wieder Hitler gezogen Oh fuck Ah, ich bin am heulen Also ich habe schon mal den Rote gewonnen, ich kann machen, was er wollte Ja, ich wollte nur nicht nochmal Hitler spielen Ich kann jetzt mal den Rote spielen Das ist schon besser, ey Ey, dass sie dir 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 12 10 11 11 11 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 als ich das muss ja ausmachen warum sollte ich mir das angucken ich habe nur den chat ausgeklappt ok ich bin gerade nebenbei noch youtube am laufen ich meine ich rufe es mir auch nicht an weil es mir sonst den ganzen spielspaß verderben würde ich kann das immer noch sehen ich habe noch lasst du das jetzt mal hör auf zu schummeln oder schummeln zu wollen mich ist er noch nicht fertig bitte ich bin auch schlecht Paul du auch sind sie jetzt alle so äh faschos dingens hier aber gibts ne movie was spiel das spiel und guck nicht im internet was ist hier los wir können ruhig weitermachen ich hab nur gleich mal ok faschos blindfolds aus Patrick guck dir gleich mal den link an tut mal eure rollenkarten raus oh boy michel wann danach ach oh ja um jeden fall schätze dafür gibts ein film ich habe ihm auch gerade gedacht blindfolds wieder an blindfolds wieder an ich lass mich jetzt nicht ablenken 3 2 1 blindfolds aus so was für ein film wenn der halbe film ich bin jetzt ausgepiepst das bin ich enttäuscht was denn für ein film was denn für ein film du schenkst ja zum einen anime ach ach lass du kannst den blindfolds jetzt abnehmen nö 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 n popcorn n poppk popcorn öö wen wähle ich denn ich will Sam jeder sollte einen Sam haben ja 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 das wird zum nein sagen nein 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 das ist ein hinweis auf seine identität da sorry ach was was ist los Sam komm auf meinen Schoß ja ja du möchtest nur popcorn haben ich weiß ja 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 nicht abschlecken hast du gerade erst den Papa gepa- du bist doch so ne krex hä wie bringt man auch immer aus dem Konzept den Papa was für ein Papagei das kann ich auch das kann ich auch was soll denn das ich bin auch gar keine Ahnung krass ich doch ich 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 die weine werden verzöckert ich will ja ich will grundsätzlich jetzt in diesem Spiel einfach mal ja ach so ja was auch immer ich habe die Karte die ich will immer draußen und wie zum VK war das ne genau danke danke Merkel oh man ey die Karte die oben ist das wähle ich immer jetzt so einfach F zu drücken so wie alle anderen äh für Schnitzel äh oder was Feierabendbier Freitag Tochenende jetzt resultiert das hier in äh Dingspam oder wat Emote Spam Innes gut entweder kann man Paul trauen oder Lars hat ihm zwei Liberale gegeben warum soll ich nicht so viele Liberale Karten verschwenden aber beide nach oben Sam uh das ist aber ein schöner Kapper der glitzert so Jan das ist der Falsche du musst den anderen ja komm mal her leg dich mal hin ich bin gar nichts ja ja Moment da muss ich aber mal abändern es haben doch nicht mal alle gewählt Jan zieht schon gar na gut er muss sich so oder so ziehen ne warte mal ne muss er nicht dann geht weiter ne ne muss er nicht oh boy das kann ja nicht werden geht ja heute schon wieder gut los weißt du was das schön ist Troja ach du scheiße hä dieses mal wird der Stym gespeichert das hab ich festgelegt du hast es hingekriegt ja ich hab es hingekriegt nazi 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 es ist egal warte du kannst irgendeine Faschokarte drauflegen ha weil Oliver gerade die Runde gewonnen hat wird das Pferd mein Nein bewegt kackpun und Jan ist ein Arschloch nein Jan ist ein Nazi Jan ist ein Nazi genau wo ist der Unterschied Jan ist ein Arschloch dann ist er liberal also das ist alles in Ordnung nein was du meinst ist ein progressiver das ist was anderes ach der behält den sowieso so hier ich hab kalte Finger in der Hand Sam willst du poppiges Popcorn haben genau gib dem Hund Popcorn wer macht der Hund Pop Puff straks plopst du gleich in 12 außerdem geb ich meinen Hund doch nicht Popcorn bist du behindert das war aber schon Präsident ja und mir ist total egal unverschämtheit alles weiß ich nicht weiß wie der Hund darauf reagiert gehe ich davon aus dass es wie Schokolade ist Hund gleich tot Michael willst du nein ich will dir nein weil warte das ist meine Karte du Arschkrab ich weiß du musst du auch wählen 1 2 3 1 2 3 ist es ein Stall ich hab mir doch gesagt die Karte die oben ist wenn keiner dran rumfummelt ich weiß nicht wer das grad war ist für meine Wahl so Michael du bist na fummelt da ran rum du du chill mich ja Juni verpasst ich ne Kuchen Michael setz dich voll in deine Rolle du der ich mach mich doch mal ich hab mich doch du hier ich will jetzt einfach den da ich hör mich links und rechts sehen wir zu uns und verpassen was das heißt ich würde gewählt die anderen müssen 3 Totstoff 2 Karten gegen da muss ich nicht immer der Kanzler sein sie michel ich bin gerade auch am rätseln wie ich paulo patrick die kugel verpassen kann das problem ist ich will aber auch gewinnen ja und da weil du mein nein bewegt hast das habe ich gesehen ich habe die hand erkannt so wie deine blauen wichs griffen wenn du ganz blaue eier hast heißt das nicht dass deine wichs griffen auch blau sein müssen räum mal deine hand hier so hin hier so hier so deine hand maus cursor ich hätte die karte vorher umdrehen genau hier so wo mein cursor ist in die mitte des tisches das ist eindeutig die farbe diese stelle der versuche von meinem cursor abzuordnen das ist paul ja ja der hat gerade vorhin meine hand kaltiert scheiß guck mal guck mal guck mal stop oh wer ist dran oh nein ich dachte er merkt es nicht wo waren wir jetzt eigentlich ich habe oliver zwei karten gegeben was hat er gewählt ja das hier liberal bin ich mal aufgemacht ich habe doch gesagt ich bin kein nazi nein ja ja sonst wird troja gewählt das will ich nicht oh troja stinkt da deswegen ja ich weiß ich habe ihn noch nie persönlich getroffen deswegen kann ich schlecht sagen dass ihr ja stinkt ich habe aber schon wieder vorhin gesehen leck mich es war sehr unterhaltsam haben wir es mal so vorhin hat er sich festgehalten die dritte liberale oh ich bin präsident el presidente ob rotation also das gefällt mir aber nicht nein das ist in deutschland nicht egal was das zwei viermal ja gott ach was solls ausnahmsweise war das jetzt noch nein was denn jetzt nein ja wot wo wir gerade denn ja und die nächste ist nein so gut wo ist der hund verrätterhund das darf doch wohl nicht wahr sein alter aber oliver das pisst mich so dermaßen an oliver ja ja jedes mal was ja 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 das ist jetzt schon das zweite mal dass ich präsident bin und drei fascherkarten ziehe ja 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 ich habe vorhin eine liberale gelegt drei karten ein arschloch ich habe ich habe vorhin eine liberale gelegt da war ich aber nicht präsident der nächste präsident ist auch am arsch der arsch alle was sind da jetzt muss jetzt muss wer muss jetzt gefragt werden der nächste kanzler wird gefragt ob er hitlern ist du stehst mit leider ein bisschen den weg ich muss ihn wieder richtig annehmen an den tischern ja 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 nein Also ich hab immer noch nein Ja, du bist ein Idiot Dreimal nein Fünfmal nein Dreimal nein Dreimal nein, dreimal ja, das pusht Was passiert immer beim Push? Beim letzten Push geht automatisch die nächste Karte fertig Und ich weiß, was es ist Deswegen hab ich Jan gerade einen Idioten genannt Ähm Das war wieder ich Obwohl, diesmal bist du ja Präsident Ne, warte mal Bist du Hitler? Haha, ich bin nicht Hitler Ja, gut Tja Jan, Will Eigentlich brauchst du mir nur eine Karte zu geben Ich hab die ja eh gesehen So Kommt erst gleich hier raus Oder die A-Karte rauslegen Ein Schuss Kommt Ein Schuss Kommt Ja, es kommt der erste Schuss Nein Ist auf Patrick Der Judenstern Hahaha Ja, was soll ich denn jetzt wählen von den beiden? Ja Ja Ja, ich weiß ja was es ist Ja, dann gibt es jetzt eine Gurgel Hier Jan Ich vote für Patrick oder Paul Ich vote für Patrick Das ist der größte Fehler, den du dieses Spiel begehst Mach einfach meinen auf Ami nach dem Motto Paul ist tot Paul Was? Patrick Patrick, bist du Hitler? Ja Ja Verkackt, ihr Vollidioten Scheiße Ja, aber schuld, warum krebschst du auch mal in deine Karte? Verkackt, ihr Juden Ja, eigentlich macht man das so Du Jude, der zwei Meter über eine Garage reingegangen ist und ich dich erschossen habe America America Michael, du musst deinen Kanzler wählen Mich kannst du nicht wählen Mach einfach irgendwas Der meine Nein-Karte berührt, den will ich nicht Äh, ich trau das aber nicht Ist mir egal, von mir aus kommt der Hitler, aber der schönes Schein Nächste Karte Zumindest ist meine Nein-Karte nicht berührt Uuuuh, Michael darf jemanden erschießen Da ich das Spiel so gut wie gar nicht aufgepasst habe Oh, oh, Paul schießt, du hast seine Karten Wen soll ich jetzt abknallen, jetzt ohne Scheiß Ich glaube, Paul ist der nächste Karte Paul Weil er seine Karten berührt hat Jan, du bist zu laut Ohne Witz Du bist einfach nur zu laut Ich würde jetzt gerne Paul erschießen, ohne Scheiß Ja, aber überleg mal Jan wollte jetzt direkt, dass du Paul erschießt Ja Machst du mir richtig an, also der erschießt sich selbst Also würde ich nicht Jan vertrauen Das Problem ist, du redest grad auf mich ein Wie so ein Nazi Dann erschießt doch nicht Entweder denen oder denen da Einer von denen ist, Einer mindestens Könnt ihr euch nicht alle einfach jetzt Aneinander stellen und die schießen euch alle in den Kopf Also Der einzige, der nichts sagt, ist Lars Lars sagt aber nie was außer Nazi Die Runde hat er mich noch nie als Nazi bezeichnet Aha Das ist meine, das ist meine Das da ist meine Na gut, dann ist die dritte noch meine Oh Gott, interessiert mich nicht Ja, meine 9-Karte, ich brühe jetzt chips Paul ist tot Paul, bist du Hitlash? Paul, weil ich jetzt keine Ahnung hab, wer was ist Und Paul meine 9-Karte berührt hat Tu das Glück, Alter Tu das Glück, keiner wusste, dass ich fast schon bin Da Paul, hättest du meine Garte nicht berührt Da, Paul, hättest du meine Garte nicht berührt Da, Paul, hättest du meine Garte nicht berührt Du möchtest du wieder, Michel Wenn ich fährt Halt der aus Glück den richtigen Abfall, der seine Karte angepasst hat Kackbrunst Gesamt Kommt auf, weil er Das Eigentum berührt Du kannst zwar Polen haben, aber nicht Meine Nein-Karte Oh nein, ey Oh Mann Ich bin gleich in einem Fieber-Zustand, wenn das so weitergeht, ey Oh shit, Alter, ich kann nicht mehr Oh mein Gott Besser geht's doch nicht Polen schossen und meine Nein-Karte verteidigt Warte, ist auch noch tot, der blöde Jude Alter, ich hab mich gejagt Ist der Reaper vielleicht Jude Lies heute live, wenn ich connecte Danke Ok, sind alle so weit Ihr habt ja sogar schon blindfolded Ich bin beeindruckt von Jan Paul, du musst dich erst noch blindfolden Gut Faschos Blindfold aus Eure Partykarten daraus Die Dinger da Nicht eure Rolle selber, sondern die Partykarte Also die Parteikarte Ist das nicht sowieso egal, bei nur zwei Eins Weiß ich nicht, keine Ahnung Ich sag das jetzt einfach so, weil alle anderen das hier machen Partykarte wieder rein Ich meine, wenn es nur zwei sind, weiß der eine doch, wäre der andere Das ist mir doch Boah, das ist mir sowas von Schwanz Hör auf, Lars, mir tut schon erwarten Ich will gar nicht mehr lachen Karten wieder rein Blindfolds an Drei, zwei, eins Blindfolds wieder aus Allesamt Los Ich will es Hitler Ja So, Paul, will deinen Kanzler Okay, Partykarte muss sterben Irgendwie will ich gerade auch mal sterben Ha, selber schuld, du hast schon mal eine Ja-Karte berührt Ach, ich muss die Nein-Karte berühren? Hier, verdammten Piepser hier Ich mach noch überhaupt nichts Okay, ich mach was anderes Jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie beleidigen will, sag ich Slutty Oder Scheiße Äh, ja, hier, da, so Hier, so, da, so Ja Genau Äh Du verdammte Schotze Das war ich jetzt What, what the fuck is going on? Ich krieg gerade gar nichts Jan hat eine liberale Karte gelegt, das ist passiert Also ist ein Hitler Paul hat getestet Oder Faschung Ja, ich getestet, ja Ja Erst bestandst du? Paul hat was gesagt, der ist Hitler Moment mal, Jan Test, für welche Seite bestand? Gute Seite Moment mal, Jan, gut und böse kann man so nicht direkt sagen Was, wie, was geht so rum? Ich hab doch gerade gar nichts gemacht Ohne, kann es kein Böse geben Und ohne Böse kann es kein Gut geben Ich seh's doch im Chat Das geht so gut Kann ich meinen eigenen Orden melden? Wie wollte ich jetzt so Dings mitnehmen? Ja Viel früher testen Bild jetzt den eigenen, meinen eigenen Orden So Ich bin jetzt nur für mich selber Ich bin, nimm den Orden, der kennst die Bier in Vollfors Gib her, die Dinger Es wurde gewählt ohne meinen Einfall Ich hab dich bei anderen zwei gewählt Äh, Paul Du hast die noch Okay Seit jeder König ist Also ich hab euch nicht gewählt Sei froh, Troja Ich hatte mal Glück als Präsident Hilfe, Hilfe Ich werde unterdrückt So Drei schöne rote Karten, Olli Schämst du dich denn nicht? Na komm, leg die Schlaf, Sam Ist das dein Ernst, Troja? Wenn du gleich die Fasso-Karte nicht Schämst du dich nicht, mir zwei rote Karten zu geben? Komm, leg die Rote und du bist tot Lig die Rote und du bist tot Also er ist sowieso tot Weil er der Erste war, der die Rote meine Nein-Karte klatscht hat Und sie grad immer noch betatschen tut Ja, tut er Und Nachahmer sind mir egal mittlerweile Der Erste, der muss sterben Weil es ist, ne? Scheiß Mitläufer Was war jetzt schon wieder? What the fuck war das jetzt? Was war das schon wieder? Stop it What are you doing? What are you fucking? Nein So Wer wurde gewählt und warum Nein, warte Ja Oder? Paul und weil ich es so wollte Äh, äh Paul, 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 Paul Paul Ach, ist mir schuldig Paul hat dich getestet, ne Jan? Ja War zu kompliziert Du hast mich doch getestet, oder? Ne Ne, Paul, ne, Paul war das Ne, Paul war das Ich hab mich getestet Ich hab noch mal getestet Wenn du jetzt wieder auf mein Tuchel gehst, Ron Dann klatsch nicht die eine Halt doch dein Hund nicht Hier Ist das dreimal vom Bett auf mein Schoß Und vom Schoß wieder auf mein Bett Und wieder runter Das sind das dreimal Irgendwo geht es auch so geil Ach Vergiss es Keine Ahnung, wie ich die beide gleichzeitig aufhebe Ja Also Lars ist Hitler Ja Ja, oh, 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 Lars ist Hitler Hab ich gerade gehört Lars Ja, hau Wir haben uns Du Arsch Dein Nachnamer Ja Lars ist nicht Hitler Ripper ist Hitler Das kann aber nicht sein, weil ich Faschist bin, so Oliver Um da auf deine Frage zurückzukommen Wann war ich das letzte Mal Fasch oder Hitler? Das hätte damit nichts zu tun Vielleicht bis es ja jetzt Die Karten wurden ja eh neu verteilt Deswegen, was hast du zu deiner Verteidigung? Ich muss mal kurz in Lars sein Bild gucken Moment mal, was? Ich hab ihn getestet Bei HIV hat er das Mit laut Irgendwo in Lars sein Bild irgendwo ein Dreieck finden für die Monatik Jan, du musst die eher trauten lassen, die Leute Bevor du da Wenn du bei Lars sein Bild reinzoomst Ey, wer hat meine Karte? Wenn du bei der Stirn guckst und das Zeichen da abtrennt, hast du ein ungekehrtes Dreieck Das ist eindeutig jenomenati What the fuck are you talking about? Keine Ahnung, bist langweilig Verschwörungstheorien Wenn du reinzoomst, bist du jetzt auch der 50. Fickse von links Ist das Jetzt wie auch malen Wenn ich jetzt noch die Hände dran mache Dann fehlt immer noch ein ganz Schiff Ich hab mir gedacht Das hat er ja so Ja, so glaube ich Ja, egal Ich hab keine Ahnung, wie seine Füße aussahen Vertrauen, Vertrauen Das sieht ja immer noch besser aus als mich Oh, da wir werden Kugel fangen Weiß ja, wie ich letztens ausgegangen ist, Hitler Was? Nein, Reaper Ja Was? Reaper, bist du bescheuert? Nein Warte, wenn Paul eine Hitlerkarte legt Dann komme ich näher an meine Kugel Ja Also Drei, nein, drei, ja Moment Ach, Hund, ey Ja, Michel Gut, ich werde Ich hab grad aus dem komischen Typen, den ich da gemacht hab Ach, ich jetzt, Paul Wenn ich jetzt noch wüsste, wer mit mir Faschist war, das wäre echt Aha Äh Ja Och, da ist kein Staatsgeheimnis draus Ja, ich bin Faschist Ach, nee, warte Warte mal, Trojan war letzte Kleine, Kleine, ich weiß es echt nicht mehr Ich hab mich aufgepasst Trojan war der letzte Kanzler, äh, Präsident, den darfst du nicht wählen Ich hab gerade aus eurem komischen Hutmännchen, hab ich Jan Vines gemacht Ich beschließe einfach mal, dass Jan dazugehört, so Ja 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 Weiß nicht, Jan sein Grün ja jetzt in Kalitschen und dass er böse ist Böse Dämonen und so Was machst du da, Trojan? Was machst du da, Trojan? Jetzt weißt du Bescheid, Jan Ich bin grad sehr faul, weil ich manchmal gar nicht, ne? Gut, der nächste Präsid Nazi, Nazi Warum gibst du jetzt mal mit, da ist kein verschenkter Schatz unter der Matratze Hund Das sagst du Das geht nicht ganz so anderswo Trojan und mich hier sind Faschos Das weiß ich mit Sicherheit Irgendwie gehst du schon mit deinem großen Täler und immer Trojan Trojan auch, oder was? Moment mal Also wenn ich hier weiß ich, da hast du ja schon zugegeben, aber Trojan soll der andere sein, oder was? Entweder er oder du, Paul Ist das klar? Also warte mal, warte mal Ich beschuldige Trojan, dass er ein Fascho ist Jan weiß, dass ich kein Fascho bin Ja, und ich will ihn helfen Wo sind wir jetzt überhaupt? Ich sag nein Also er möchte den da wählen Dann will ich, nein So Warum sind meine Karte schon? Wer will denn eine Kugel? Ja Äh Boah 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 Ja Nein Jan, was willst du? Ja, 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 ja 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 Ganz ehrlich, ich weiß noch, dass du ein Liberaler bist, aber du bist ein Vollpfosten Ich meine meine Fresse Ich bin dafür, dass Patrick einfach mal sterben tut, weil er mal eine Nein-Karte angepackt hat Das muss Konsequenzen lachen, ich sie Lassen mich raten, jetzt kommt eine Faschokarte Fick dich, Reep Warte, ja, Fick dich, Reaper Ja Was ist denn du jetzt von mir? Da ist ein Fascho Fascho Ich wusste es Fascho Reaper ist auf jeden Fall ein Fascho Der da Der da Und der da Wir sind zu dritt, wir sind alle drei Faschos Ich bin mir noch nicht sicher bei Fascho und Michel Moment mal, der ist aber auch ein Fascho und der Jan Ja, ich so auch Ich wähle einfach Jan Warum hat Oli und Klaas auf einmal so einen harten Hyping? Nein, du hast den harten Hyping Aber auch nur für euch Dreimal ja Ich glaube, das könnte helfen Für Jan Warte, für wen, für Jan? Nein Bei dem weiß ich, dass er Meine beiden Faschisten, bitte nein Ich weiß, dass Jan ein fucking Irgendeiner von euch dreien ist, ein riesen Vollpfosten Ich kann dir auch genau sagen, welcher, lieber Michel Michel ist ein Vollpfosten Was ist jetzt von Michel, du bist ein Vollpfosten Du bist ein Vollpfosten Du bist ein Vollpfosten Du bist ein Vollpfosten Warum das Connected Du bist ein Vollpfosten Tschüss Bin ich auch raus? Ja Ja Ja, dann reconnecte ich mal eben schnell Die beiden Hütter sind draußen Knallt, ich hab Ich reconnecte eben schnell Aber Oliver, was sagt ihr, dass ich Faschist bin? Ich könnte auch einfach nur ein Liberaler sein Du bist ein Dann bist du einfach nur ein Vollpfosten Vielleicht würde ich auch für das Spiel nur ein bisschen schwerer machen Ah, Illuminati So, lass sein Dreieck da 375 Pixel von links Hast du das Ding hier schon verschoben? Michel, stell den Alkohol weg Ich hab nicht Alkohol gedrückt, ist das Gute Paul, hast du den Election Tracker verschoben? Das könnte auch da sein Das könnte auch sein Ja Hada Lass du das aussuchen Dann schneide ich wieder da Gib mir mich Ja, bleib wieder da Nein, du willst du nicht Bin liberal, verdau mir Wähl Jan Wähl Jan Ich weiß, dass Jan ein fucking Liberaler ist Nein 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 Boah, Michel, du Fellpfosten Boah, Michel, du Fellpfosten Ich mag das, wenn die Karte gespielt wird Fuck my life Jan will mich Will mich Will mich Will mich Will mich Jan will mich Nein Nein Gott damn Ich will Troja, ich will auch nur Troja ausschließen Erschieß Michel, dann ist das Spiel einfacher Will mich Nein, will ihn jetzt nicht Nein, Michel, Lars, das ist meine Entscheidung Oliver Nein Doch Nein 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 Du kannst mich mal gern haben Ich bin dran, wie will ich denn? Scheiße Nein Egal was ist Nein 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 Einfach nur nein Michi kriegt jetzt die Kugel Nein, warte Doch, Michel kriegt die Kugel Nein, Michael kriegt die Kugel Nein, wir müssen nur eins nach vorne Hallo Er ist aber grad schon in vorne Nein, er stand schon auf dem zweiten Yes Ey, wir hatten doch vorher nicht zurückgesetzt Ja Klar, mich zurückgesetzt Ich wandere mit dem Scheißding die ganze Zeit mit Er wandert mit dem ganzen Ich hab gar nichts mehr mitgekriegt Ja, ich hab mich nicht so nervösen Finger, tut mir leid Ja, ich hab mich nicht so nervösen Finger, tut mir leid Du kack, Bruder Du kack, Bruder Warum warst du vorhin, als ich dich auswählte, wollte Nein gewählt, du kack Weil du die ganze Zeit Nein zu mir gesagt hast, du bist ein Behinditroja Weil ich fucking Michel übern Haufen schießen wollte, du Ich Erst wollte ich Paul übern Haufen schießen, dann wollte ich dich übern Haufen schießen, weil du dich so dumm verhalten hast Ja Die haben gewonnen Nein, du hast ihn zerschmettert Die haben gewonnen Scheiße Ist mir klar Lars, bist du Hitler Nein Was? Ich hab gar nicht gewählt, nein Nein, ich hab nicht Ja gewählt Die haben zu dritt Ja gewählt, du kannst da jetzt nichts mehr machen Oh, nicht nur GG GG Wie knällst du ab? Paul darf ihn abschießen Schieß mich ab Schieß mich ab Schieß auf Patrick Schieß auf Patrick Meine Nein-Karte berührt Nein, er drückt dir eine Michel, was ist deine Du Ja Nee, der Falte Falsch Warte mal Aha Aber warum sagt sie denn irgendwie was, ey? Scheiße Ich war doch nicht so scheiße als Faschist, Oliver War zwar sehr auffällig, aber danke Äh, jetzt würde ich... Jana war doch nicht mehr trauen Nein 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 Doch Ich weiß nicht, wen ich trauen soll Die Chance ist so stark Ja, du bist tot, du wartest aus gar keinem mehr Es ist 2-2, ein zweiter War dann noch Ich darf ja eh nichts mehr sagen, so, eigentlich Tote reden nicht, oder wie war das? Ja, Tote reden nicht Doch, ja Ich will mir sicher sein, Michel Das war klar Ich musste ich nichts sagen Ich wusste es Aber so ist wenigstens vorbei Hätte eh nichts gebracht Ich wäre eh ne Unterzahl gewesen Ja, hättest du dich nicht so dumm verhalten, hätte ich mir sicher sein können Hättest du dich nicht dagegen gestreut gewählt zu werden, du Körner Ich habe mich nur... Ich muss Patrik von Herzen denken, auch wenn er erstmal eine Nein-Karte berührt hat Dass er wirklich so gespielt hat, hat Merch in die Hände gespielt Ja, das ist ja das Problem, er hat euch die ganze Zeit in die Hände gespielt Indem er sich selber nicht gewählt hat Wieso ver... Boah, bist du bescheuert Dann hätte ich Michel mit der nächsten roten Karte abgeknallt Entweder Michel oder Riefer, du Kacke Arsch Ich konnte mir halt nicht sicher sein, dass du kein Fascho bist Hättest du mir gesagt Von vornherein in deinen Spielzügen, dass du kein Fascho bist Hätte ich dir getraut, hast du aber nicht Du hast mir jede erdenkliche Fascho-Spielweise gezeigt und gegeben So, Paul, soviel zu deinem ersten Satz, den du mir geschrieben hast Das kann ja nichts werden Wir haben gewonnen, stopp Bisher haben nur Faschos gewonnen, nur mal so nebenbei Nein, bisher hab nur ich gewonnen Ja, das auch In der zweiten Runde war ich liberal und hab auch gewonnen worden, naja In der zweiten Runde? Was? Michel hat Hitler erschossen Ja, ich hab Paul erschossen Der einzige, der durchgehend gewonnen hat, war Michel Ja, ja Und er macht überhaupt nichts Er macht auch Scheiße Nächstes Ich baue Scheiße und mach den übelsten Shit, doch wenn wir trotzdem machen gewinnen Döner, ey, Mann Kein Döner Lars hat auch gedacht du wärst ein Fascho Die waren alle auf deiner Seite Drei Null Verhalte dich wie ein Fascho, du wirst behandelt wie ein Fascho Ja, und vor allem wenn der einen Fascho schon zugibt, dass er eine Fascho ist und das spielt ihr dann auch voll in die Hände und so Ja, du spielst, du spielst im Moment sowieso so Wuppdi du, ich geb keinen Fick auf irgendwas Übrigens, du hast noch keine Karte Aber Oliver, das Ergebnis spricht für sich Ja, leider Bin jetzt einfach mal die ganze Scheiße lang Ach ne, kann ich ja gar nicht, bin ja Mord Hä? Sag mal wer anders die ganze Blindvolle Kacke an, ich hab keinen Bock Das Problem ist nur, ich hab mittlerweile keinen Bock mehr so zu spielen, das ist echt anstrengend Ich will grad, Jan mach du mal Genau, Jan kann das auch mit den Ansagen und so schön Ja Das war er der Erste, der es geschafft hat Du musst als letztes, wenn du Blindfold-Leister bist, musst du als letztes die Blindfold anmachen Moment mal Erstmal muss ich eins Drei Drei So Blindfold So, alle haben an Wollen wir mal an So, alle, alle, alle haben Blindfold an Ähm, bitte alle Nazis Blindfold ausmachen Ihren Führer grüßen Teil Kameraden oder so, weiß ich nicht Kein Hitler Ähm, Blindfold wieder anmachen, wenn es geht Zuerst die Karten wieder rein Ja Genau, lass die Karten draus nehmen Höh, das ist schon Tö, alle, ihr bleibt schon wieder Angeschaltet Ja, ok Ja, was auch immer Macht ihr, macht ihr, bleibt schon wieder Aus Aus, lass Nein, aus Das ist so schön dahinter. Kann man mal das ganze Elend nicht sehen. Wer Hitler fast an den Popcorn erstickt. Wer war denn der letzte Hitler? Auch der doch. Nein, Paul, der da war der letzte Hitler. Nein, weiß nicht. Doch warst du. Du hast es nicht wie einer. Kack, du. Oliver hat das Spiel geschmissen und ich bin dran schuld, weißt du? Du hast das Spiel geschmissen. Nein, habe ich nicht. Oh doch. Das gibt mir recht, deswegen habe ich recht. Wenn zwei Leute, keine Ahnung. Wenn es einfach nur Ja fehlt, müssen wir das Spiel schon lange vorbeigewillen. Verdammte Scheiße, warum mache ich hier, stelle ich den Oliver und mein Popcorn fliegt runter. Viermal Ja, kann es schon mal loslegen. Ich will auch Ja, so zu ihm. Gut, der Hund hat sich geschnallt, ich lasse es bis morgen liegen. Habt ihr die gemischt? Weiß ich nicht mehr, ich habe nicht gemischt. Hast du die nicht gemischt? Ich habe mich auch nicht gemischt. Dann, dann, tu sie es nochmal zurück. Fack, wo bin ich? Also jetzt ist es auf jeden Fall gemischt. What? Das ist nicht gut für mein Herz, Hitler zu sein. Warum? Keine Ahnung, weil meine Karte so blau ist. Ich weiß nicht, ob Michel das jetzt ernst meint, oder? Weiß ich nicht. Man ist doch Hitler, wenn die Karte blau ist, oder nicht? Lass mich den lieber blau ist. Ich glaube, es heißt das Ding, dass die Karte hochnau ist. Es ist aber doppelt. Ich will Jan. Ach, da muss ich den F drücken, so. Dreimal Ja, einmal Nein. Oder bei der Fische. Wer ist dran? Wo? Wie? Hitler? Ja. Sauber. Ja, nein. Fünfmal, ja. Ja, krass. Troja? Kannst du mal bitte eben den Stream anmachen? Nein, du machst es nicht, also schüttend. Und mir genau sagen, was für Karten ich erfahre. Das ist schüttend. Das ist schüttend. Sag doch gleich, du hast drei Rote. Sag doch gleich, du bist schüttender. Ich will nicht mehr. Jan. Er versaut eigentlich den ganzen Spielsparschau. Spielst du schon den? Tut mir leid. Da ist eine blaue dabei. Schämst du dich denn nicht, Oliver? Aha. Ich kann Troja wieder nicht trauen. Also ist Oliver Nazi. Genau, ich bin voll Nazi. Spielt Oliver, spielt Patrick wieder Nazi-Libarana? Ja, wahrscheinlich. Patrick hat es mir nicht zuordnet, aber ich weiß, was definitiv von Oliver Klaus ist. Die Leute auf dem Stream haben es gesehen. Du blöd, dass ich die nicht sehen kann. Morgen um, was weiß ich, um 5 Uhr, eine Stunde und 5 Minuten circa. Da könnt ihr das dann auch sehen. Was wird gewählt? Was wird gewählt? Ja. Wir haben gewählt. Ja. Ja, ich den da. Hast du voll meine Karte berührt? Hand aufs Herz. Okay, er wird erschossen. Und ich will nein. Du bist trotzdem 5 mal ja. Das ist aber nicht meine. Die Karte wird die erste. Halleluja. Gott sei Dank. Veraler Nazi. Jetzt ist es mir zu anstrengend gerade. Ja, mir ist das mittlerweile auch zu anstrengend. Aber ja. Vier mal ja. Du alt für den Scheiß. Mein Armer rücken. Jan, zieh deine Karten. Ja. Warum werde ich nie gewählt? Keine Ahnung. Weil du so eine Wildcard bist, dass keiner weiß, was du bist? Ich bin Apache Helikopter? Gut, dann identifiziere ich mich jetzt als Stratzer-Teller-Münze. Du, da ist noch eine Karte, Jan. Als beim ersten Abend tanzt du, bombe ich Paul zurück in die Steinzeit. Keine Ahnung. Jan hat mich getestet. Zack. Ruff da. Also ich sag einfach mal, die Liberalen gewinnen das Spiel. Ich hoffe es auch. Okay, das sah vorhin genauso aus. Ja, bis so ja Nazi gespielt hat. Ja, da war ich aber auch Nazi. Da hab ich da Wirrung geschimpft. Oh mein Gott, ich bin im Grünen. Riefer. Nein, 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 ich sehe es im Riefer. Ja. Nö. Ich bin im Weißen Raub. Michael? Nö. Warum nicht? Das ist, weil dir keiner traut. Jetzt entscheidet Michael sein Vote. Willst du oder nicht? Ja, klar will ich. Ja gut, dann sind es vier gegen zwei. Ich will auch bar. Oh Gott. Ey, mach mal die Abendsonderwiese da rein. Gab es doch auch einen. Die fand ich mal gespannt, was er mir gibt. Genau. Ne, warte mal. Ich höre. Da ist schlau. Das ist die. Die sieht toll aus. Wer fummelt da wieder mal? Darf ich die Karten jetzt umdrehen, ohne dass ich die scheißen reich? Danke. Okay, so. Eins, zwei. Oh mein Gott, Patrick. Patrick ist ein Fascho. Nein, warte. Die Karte ist noch nicht aufgedreht. Fick dich, Michel. Michel ist ein Fascho. Das war eine blaue und eine rote. Und wieso sollte ich dir vertrauen, Troja? Gute Frage. Habe ich diese Runde überhaupt nichts gemacht? Doch, du hast mir zwei Faschalkarten gegeben. Das spielt eine Runde. Den habe ich nicht. Wo gibt es diese Blauklötzchen her? Aber ich weiß nicht. Nein, Michel, Troja. Pfeu. Ey, ich habe gerade gar nichts gemacht, du Arschkranche. So, wem wähle ich jetzt, der Nein gewählt wird? Mich, mich. Ich werde gerne Nein gewählt. Nein. Hier. Gut, dann wähle ich alle. Ja. Ja. Nein. Gut. Perfekt. Also ja. Teiße. Was denn jetzt? Ja oder Nein? Ich habe Ja gewählt. Drei Ja, drei Nein, oder? Was denn jetzt? Drei. Hast du Ja oder Nein gewählt? Wer? Du. Ja. Ich will nicht. Töne ich will nicht Ja. Okay, dann zieh deine Karten. Die dritte kannst du auch gleich ziehen. Achso, Entschuldigung. Ach, das wären jetzt drei Liberale. Ja, fast. Wofür willst du mich testen? Ich will dich nicht testen. Das andere war eine Faschalkarte. Ich hätte dir auch zwei Rote geben können. Wenn du das unbedingt willst, Hitler. Moment mal, du hast jetzt zwei Faschos oder was? Das waren zwei Faschos und eine Liberale. Achso, ja dann ist doch alles in Ordnung. Dann habe ich nichts gesagt. Wir sind in der Kirche, es brennt. Ah, ich bin auf Waschung. Flupp auf den Boden. Ähm, ja? Wir wissen jetzt ganz noch. Achso. Ja, Paul will klar. Ach, bin ich von mir dran, ja? Nein, das war noch kein Pote. Paul hat noch gar nicht gewartet. Mach mal. Mach mal. Ich bin in der ganzen Rundspherde. Ich habe die ganzen Rundspherde gar nicht mehr mitgespielt. Wollt grad sagen, Kat, hast du mir da hingestellt? Nimm mich, nimm mich. Ich habe die gar nicht hingestellt. Ich habe die nicht hingestellt. Also, Patrick ist definitiv ein faschistischer Rassist. Lass, will ich einfach mal ja, weil ich den noch nicht weiß. Alle war, habe ich gerade getestet. Der ist Hitler. Äh, nee, meine ich mal ein Liberaler. Voll Hitler, Alter. Paul weiß ich noch nicht. Mich, ich bin so liberal, dass ich dein Gender als Stratzettelerminze bezeichne. Was? Mit der Patsche, Helikoppe, du warst das Arschloch da. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Ich werde natürlich die nächsten Reparationen direkt bezahlen. Das Karte will ich. Ja, warte. Krieg deine Karte, Lars. EG. Ey, komm. Ey. Was hast du denn für Karten, Lars, Bob? Na, liberal oder liberal? Ach so. Ähm. Aha. Ja, nice. Guck mal, was dreckst, dann geht der. Erstes verloren, das Spiel. Hast du gerade Michel, hast du gerade Michel echt sabotiert, ja? Hast du gerade Michel mit 80 sabotiert, Lars? Moment mal. Der kann mich gar nicht sabotiert haben, weil ich das Spiel nicht ernst genommen habe, was ich eigentlich verlieren wollte. Da ich keine Energie mehr für den scheiß Aufwand hatte. Ich find's faszinierend. Alle haben mehr rote Karten geniegt wie ich. Na? Ich konnte nichts dafür. Jedes Mal, wenn ich Präsident bin, zieh ich drei rote Karten. Guck mal, Lars hat mich absolut nicht sabotiert jetzt, ne? Hm. Das werde ich als Sieg. Nächstes Spiel. Ich muss erst mal schiffen gehen. Wir haben jetzt neune. Wir haben jetzt erst neune, Lars. Goddammit. Äh, wolltest du die Karte nicht aufhaben? Wolltest du nicht mal resetten, Paul? Na gut. Jetzt letzte oder wie? Äh, ja, würde ich so. Das ist aber nicht das richtige Spiel. Ne Runde ohne, warum nicht? Kann ich sagen. Keine Abwechslung. Nicht ohne. Nur spielen. Danke. Also ich hab jetzt eins, zwei, dreimal gewonnen und nen halben Sieg durch Lars. Warte mal, dann muss ich den Stil ändern. Einen halben. Einen halben. Ist kein ganzes, ist ein halber. How do I do that? Ah. Keine Ahnung. Und auf einmal Uno. Der gefällt mir nicht. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben waren das, ne? Fick dich. Ähm, wir müssen noch auf eurem Wahl. Würfeln bitte. Ich hätte gerne nen Würfel. Einmal. Fünf. Nein, nein. Einmal. Und ein Halben. Vier. Komm, ja, ne Drei. Ja, nicht zu viel. Gibt's ne viermal, okay, nah. Shit. Komm, mach mir die niedrigste Zahl, gewinnen. Jetzt ist es ne 3D4. Jetzt ist es ne behinderte vier. Gibt wohl das nicht zu sagen. Äh, nein. Das ist ne, jetzt ist ne vier. Komm, es reicht Patrick. So, 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 so. Hat's euch schon gewürfelt? Nein. Du möchtest ne 3D4 haben. Goddammit. Der Einzige der höheren Würfel, das nicht. Okay. Nein. Zweier, sechs. So, noch mal. Ihr dürft noch mal würfeln. Tja. Eins. Drei. Paul fängt an. Im Ohrzeigersinn. Ähm, ja. Aber es ist Mischi dran, oder? Ja, im Ohrzeigersinn. Jetzt warte, ich geb grad hier ne 3D4. Wenn Paul anfängt, bin ich der Nächste. Nö. Aber nicht bei der Karte, die liegt. Was ist ne 3D4? So, was bist du? Du bist dran, Mischi. Okay. Paul ist dran. Paul ist dran. Ich bin dran. Lass es dran. Oh boy. Ihr gefällt mir. Spoiler, Rick. Patrick. Lick mich. Ich mag mein Gelb. Ja, Gott dammit. Gute Sprache, ja. Trotzdem, die kleinsten Weiber haben die größten Kompeten. Ich bin dran. Halt, oh ja. Halt, so. Powerlich nicht. Oh, Tja Lars. Eins, drei, drei, geh auf. Direkt mal weiter, geh rein. Wunderschön. Ey. Ey. Na? Du bist noch gar nicht. Wir bist noch gar nicht dran. Okay, ist doch egal, ist doch egal. Na, jetzt bist du dran. Welche Döspaddel kommen auf dem Mitten im Feld WK zu spielen? Voll gut. Wir, Michel. Na gut, schütt auch wieder. Ach, ich bin dran. Hier. Paul ist dran. Drei, vier, zwei, zehn runter, nicht hoch. Google, lass das hätte zwei gehabt. Ja, das ist mir doch egal. Ich bin für blau. Der hat reingehauen. Jetzt krieg ich das ab. Na, warte, ja. Träger. Der funktioniert. Träger. Haha. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. zwei karten auch so wie ich oder wie an 6 das ist unten das rote karte ich wünsche mir blau ich habe das nicht auch nicht und fertig hat ja gesagt ja ja und zum ende nicht auch noch mal ohne sagen oder so eigentlich schon was normalerweise sagt man auch letzte karte also was immer nur und fertig bin ich damit ja ich sag normalerweise letzte karte aber wir das nicht gemacht hat habe ich das auch nicht gemacht um jetzt gerade wenn du auch eine karte hast du mal so und das war es dann aber nicht bei uns spielt man doch so man macht letzte karte wenn man die letzte karte hat wir waren jetzt gerade dran ich glaube patrick hat gelegt mit schwirz rot und oder letzte karte oder schweizer käse ihr müsst so schnell wie möglich rot switchen erst mal willst du nix in der rot hin bevor du das switcht willst du das machen keine ahnung schwarz auf schwarz geht doch nix schwarz auf schwarz geht doch nix wenn kann ich warte ja mach gut den spars gar nicht mehr ich bin so fällig das kann doch so ewig so weitergehen oder ich erinnere gerne an michel und mein letztes die richtung weiter schicken aber die drehen ja ja andauernd was hast du gesagt grün ja und grün und das ist mal sagen Prozent Paul mag ich nicht die da hat Gott den Abbruch sagt er hat er gekriegt Wieso es ist er heißt er hat aber die Ehre ich muss ich verraten nicht die Tätelte um er hat nur ich will kann nicht Nein. Vielleicht hat Lars was schönes für Paul oder wie? War nicht. Was, das wird jetzt 5 Runden mit den anderen gehen, da krieg ich einer nach der anderen reingewirbelt. Guck mal, das heißt jetzt bin ich der Leidtrag, wir müssen schnellstens die Situation wieder ändern. Ich werde gewusst. Ich weiß, ich hab gerade überlegt, ob ich was nehmen kann und man kann immer noch nicht. Kann ich. Michael, willkommen im Klopf. Kann ich. Welche nehmen wir denn mal? Wie viele Karten soll ich ziehen? Oh boy. Haha, geil. Oh, Spaten! Haha. Kann ich. Ob man die 4 eintreffen sollte? Haha. Haha. Blau. Jan. Blau. Danke. Oh, danke. Oh, danke. Nein. Dämlicher Jude. Ich knatz dir auch noch eine. Warte ab da. Wird richtige Karte für dich gezogen. Dreht mal die Rotation bitte um. Haha. 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 Patrick, du hast am Stück eine Karte. Haha. Ja, aber nicht für dich. Haha. Haha. Soll ich die Rotation trotzdem mal umdrehen, wenn du sagen, wer es noch im Spiel ist. Haha. Was heißt, solange ich wieder trippel, ich bleib bis zum Ende. Haha. Hör doch, ich kann doch nur. Hör doch, ich kann doch nur. Hör doch, wir sollen, dass du zum Ende bleibst. Haha. Haha. Kann ich wohl. Hey. Die Stunde war jetzt hart, ey. Ich fack die Rotation wieder um. Will, dass diese scheiß Rotation umrotalisiert wird. Wenn das so weiter geht, trifft die vier nicht ein. Dann musst du jetzt so eine 5 ändern. Haha. Shit. Das ist erstmal, dass ich ziehen muss. Hahaha. Äh, warum? 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 Michael, du bist. Michael, du bist. Jan. Ist die scheiße Rotation um? Scheiße. Rot. Ah ja, Uno. Äh, was? Das war knapp, Michael. Ich hab nur drauf gewartet. Rot? Ja. Rot. Kann nicht. Äh. Uno. Fucking. Du Sau. Du hast aber schweig gehabt. Du Pisse, alter. Ich geb dir noch eine. Ja. Ja. Ich liebe dich. Schmuchtel. Schmuchtel. Äh. Warte, 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 warte. Ich glaube. Jan muss aussetzen. Wie sieht das aus? Muss er dann auch aussetzen? Du bist wieder dran. Jan, du bist wieder dran. Uno. Ich bin weg. Jan, du brauchst gar nicht mehr ziehen. Mann. Das kommt wohl am Ende. Komm, Musik. War keine sehr schöne 3, aber... Rass, rass. Rass, rass. Nee. Oder? Was? Äh. Ich hab auch keine Lust mehr. Pause noch mal. Ich kann aber nicht mehr. Wenn für eine Runde wäre ich nicht dabei. Ich auch. Ja, gut. Wenn alle noch mitmachen, war es das halt nicht. Eine Runde wäre ich gerade dabei. Wie lange bist du auch noch dabei? Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Muss das immer noch was zurückgeben? Der erste vom letzten Spiel fängt an, oder wie? Ja. Im Urzeiger. Ich würde sagen, der letzte vom ersten Spiel. Du wirst ja nur nicht, dass ich anfange. Also Jan. Oh, das wurde gerade gesagt. Nein, er hat gesagt, der erste fängt an. Oh. Ich hab gesagt, der erste fängt an. Ach, der erste? Der ist treuer jetzt. Der ist treuer jetzt, ne? Und deswegen hat treuer gesagt, der letzte fängt an. So, wer ist jetzt? Du. Du. Also gehen wir in die Richtung. Okay. Ist das eine 9? Ja. Äh... Ja. Low energy. Awww. Was ist das? Joachim Erbana... Ach du! Ich weiß, ich überleg grad. Nimm den. Ah. Mein linker, linker Platz. Aber, ich will auch noch einen Fackchen drücken. Blau? Blau. Mein linker, linker Hoden ist geplatzt, Alter. Sonst hat der ja auch schleinklemmt. Paul, dankeschön, du bist nochmal. Was hilft dir jetzt irgendwie? Kann ich. Paul, kann ich. Lars? Das ist doch scheiße. Hast du blau geholt, kommt grün zurück. Ich will immer noch blau. Ah, komm mal in der Nacht mit mir trinken, dann zeig ich dir, wie blau du werden kannst. Du bist nochmal Lars. Ich bin höflich. Das sehe ich nicht so. Gut, dann will ich jetzt grün haben. Nein, ich. Du kleine Dance-Morph-Fucker. Dein Arsch geht auf meiner Liste. Danke, mich. Oh, lass mal, krieg ich nicht. Was ist blau? Ich konnte nichts anderes legen. Kein blau. Hab nix. Wollte, lass ich blau? Jan? Ja? Du magst Oliver echt nicht, oder? Lass, das steht auf meiner Liste, ey. Du kriegst den nächsten Zweier oder Vierer. Kann ich. Bin ich? Ich kann doch nix dafür. Ich wollte blau haben, ehrlich, gelb. Ich hab immer noch fast alle Karten, Alter. Kann ich. Und so muss ich die halt alle loswerden. Und Lars darf zwei ziehen. Nein, darf er noch nicht. Er hat noch kein Uno gesagt. Kann ich. Jetzt muss Lars zwei ziehen. Nein, war das nicht immer bloß eine? Weiß ich nicht. Bei mir ist es immer eine. Ja, dann ziehen wir halt mal eine. Sollten wir uns nicht ein universelles Regelwerk festlegen. Letzte Karte und Uno. Fertig. Der ist denn jetzt nicht oder Klaus? Das ist der Frage, der Michi oder der Karte? Oliver musste aussetzen, dann ist Paul dran. Paul konnte nicht, dann bin ich jetzt dran. Ich muss ihn ziehen. Ja, dann ist Michi. Dann ist jetzt der Nächsten dran. Habt ihr mich jetzt ignoriert, oder habt ihr... Du wurdest ausgeschlossen von Lars. Nein, das meine ich nicht. Letzte Karte und Uno. Das heißt, wenn du die letzte Karte hast, rufst du die letzte Karte. Wenn du Uno hast, also wenn du fertig bist, hast du Uno. Ich finde es für blau. Danke, ja. Auch wenn es eigentlich keinen Sinn ergibt. Paul, das tut mir echt wirklich leid. Ich wollte es vermeiden, die ganze Zeit. Ich konnte aber nicht, weil... Ich wollte es vermeiden. Besser. Du lach nicht. Kann ich das? Nein, kannst du nicht. Nein, wenn du grün gehabt hättest. Nicht mal dann. Selbst dann muss er vorher noch vier ziehen. Die schwarze kannst du noch nicht weiterlegen. Nee, er kann es verlängern mit der richtigen Farbe. Oh Gott, der kann die scharfe verlängern, aber er muss grün legen. Ah, nee. Ähm, grün war das, oder? Ja. Komm, gib her. Knall ihn raus. Ich bleib bei blau. Na kurz, überhaupt. Kann ich. Ich hab mir nicht eine blaue Karte. Da hing ja noch fest. Hier. Oh. Toi, du bist zu ein Vollsprach. Ohne Witz. Letzte Karte. Ich kann immer noch nicht. Kann ich auch. Ich weiß, wenn Janis das verlängert hätte. Das wär echt nice gewesen, aber Jan kann das. Und zack, plus zwei. Lustig wär's gewesen, wenn Lasser in letzter Karte jetzt auch so ne Karte gewesen wär. Meinst du? Dann wär's echt lustig gewesen. Die hätt ich direkt weitergegeben. Du kannst nicht, dann kannst du jetzt nochmal nicht. Ich hab schon. Ihr solltet auf Geld wechseln. Hast du gerade... Was ist denn, wie viel Karte haben? Du bist halt... Jan hat Troja rausgeschnissen. Also dann vier. Ich kann nicht wechseln. Schade. Irgendwie mit Lars wieder ins Finale. Ich will, ich will, dass ich, äh... Gelb krieg. Dann hat Lars gleich noch zwei plus. Krieg ich da noch einen reingedrückt. Alles Schlimmes. Kann ich. I fucking kidding me. Du hast denn da auf den Karte? Ja, du kannst die Karte, ne? Ich kann aber auch nicht. Das wirst du kannst doch nicht, Willi. Nein. Ach, toll, du bist ein Trott, ey. Ich hab nicht deinen Rös. Ah, jetzt ist es wieder auf blau. Habt das toll hingekriegt. Jan, Alter. Ich will, dass Lars verliert. Ich will so hart, dass Lars verliert. Ohne Witz. Was? Ach, dein Game. Yes. Kann ich. Ich hoffe auch, das bleibt so. Miche. Was? Du hast mich gerade ausgelacht, oder? Ja. Nein, ich habe gesagt, dass du nicht lachen sollst. Ich hab dich ausgelacht, Roger. Kann ich. Paul, du bist. Kann ich. Darauf hab ich die ganze Zeit nur gewartet. Die ganze Zeit. Malva macht das Spiel nur länger. Das ist mir sowas von, Lars hat das sowas von verdient. Und der Nächster auf meiner Liste ist Jan. Kann ich. Ey, ich geh auch mal nicht. Na, jetzt bist du. Zieh ich gar nicht ein. Schweigehaft. Blau und letzte Karte. Ihr müsst so schnell wie möglich auf was anderes zwingen. Ich kann nicht. Ganz doch. Okay. Ein geliebter dickmove. Hey, ich kann nicht, hey, du bist doch mal. Jetzt konnte ich aber die nächsten. Paul hat letzte Karte, das gefällt mir auch nicht. Paul ist erster. Kann ich? Nope, kann nicht. Okay, Bruno. Ja. Gut, dann mach ich mal letzte Karte. For fuck's sake, ich verliere das Spiel auf jeden Fall. Gefällt mir nicht, gib mir Karten. Ha! Ist das eine 6? Ja, das ist eine 6. Oliver, du dämlich ein Deus-Puddle. Warum? Das war meine 1. Das ist gar nicht meine 1. Shit. Warum war das jetzt dämlich? Ich war dos. Hat mich die letzte Karte gesagt? Ich hab die letzte Karte gesagt. Noch UNO. Und was war? Gelb. Gelb, 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 gelb. Obwohl ich ja nicht UNO war, ich war dos. Was? Ach, ich frag noch. Ähm, wenn ich jetzt keine Gelbe habe, kann ich noch mal eine erziehen? Nein, kannst du nicht. Okay, ich kann nicht. Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan... Der meint. Der will nicht mehr von meiner Seite aus. Die Karte ist nicht zu nah dran. obwohl die 2 nicht viel besser ist das soll eine 2 sein das sieht aus wie ein halbes umzeichen ne mann ja noch keine gelbe die hab ich ja auch alle was jetzt davon bis sieben erster schämlich 1 2 3 4 ich kann eh nicht moment paul 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 gar nicht es ist so viele karten spiel kein arsch kann ich kann nicht kann ich ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht mehr sein ich kann nicht mehr sein ich konnte das mal so dass mich mindestens immer entschiederte ja du musst ich sehe mich gerade nachdenken es ist lustig ich hab da schon lange nicht mehr gespielt das sind neun Felder mich Patrick ich bin das jetzt immer jedes mal unter den Schienen warum fängst du euch jemanden Oliver du bist ich kann immer noch schon wieder die gleiche Karte ich konnte das definitiv mal besser mich inflamiert es nicht ähm teuer du musst das könnte aber auch dagegen dass meine Konzentration in der Toten Hose ist Lars ist ich guck dir nicht mal zu wie die spielen Lars letzte Karte lach nicht Jan ich hab nämlich keine Ahnung was ich mache oh hast verloren Pisser oh mein Gott das war meine Absicht letzte Karte das hätte ich jetzt natürlich auch gerne dass es Absicht war weißt du ja du musst ja wenigstens mal kleiner Vollschank haben oh no letzte Karte guck mal hier hast du verloren oh ich kann wieder nicht so ein kackes Alter Moment mal ich hab das Superspiel du Moment kein Arschgrün oder was Jan jetzt malt der hier viel gewinnt hin Oliver ich hab mir das ich weiß nicht so ein kackes Alter aber es kann ja wie das ist ja klar ist ich kann immer noch nicht ich hatte gar nicht ziehen brauchen aber jetzt habe ich es schon ich bin die zahn oder hast du verloren wenn ich meine zwei gesetzt da ist letzte karte mein rechner fängt an zu legen deswegen lasst du bist gelb und letzte karte bitteschön ich wollte mich gerade ewig überlegen lege ich die gelbe oder die füllen gar nicht du hast gewonnen oh halleluja ey du kleiner den mich hat du schotze oh alter just stop jan hat verloren so dann bedanken wir uns mal bei dem elektrikal skateboard der seit anfang an hier drin ist das ist wie ist das paul paul ne 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 ne